Du musst mir den Truppführer geben, Digger. Du bist Truppführer. Warte, Gott. Er hat nur eine Hand. Stell dir vor, ich werde auch gut aus dem Haus werfen gegangen. Oh mein Gott. Es fängt jetzt von dir ab. Okay. So, Bitches. Start. Ich darf nicht so angespannt sein, dann gewinne ich das easy. Aber du hast ja dieses Scheiß, der letzte Hüte oben links stehen. Am Ende, das ist ein E-Kon-Kling. Ne, ist es nicht. Okay. Oh. Oh. ach so ja zwei minuten geschrieben dass wir 20 die massen wir sind Ich fand schon, dass du ein bisschen übertrieben hast, ja ein bisschen. Ja, ein bisschen. Die Bisschen, oder? Ich höre nur, dass du meinst. Ich höre nur, dass du meinst. Hä? Leckt der? Ey, yo, sag mir mal, ob der Typ leckt. Warte, warte, ich guck. Nein, du bist halt nur richtig an... Leer Schwanz, sag ich mal. Hä, sag mir mal, ob der leckt. Der ist der letzte Hüter. Ja, der hat gelegt, ja. Weil der muss gelegt haben, und der hat ihn gekillt. Der ist viel später gestorben. 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 Ey, was ist das für ein Buddy-Haller? Ey, was ist das für ein Buddy-Haller? Ey, guck mal, manche, ich muss ja... Fick-to-random-Maller. Digga, die Special ist weg. Du hast noch einen Schuss, Digga, das ist halt etwas fick-to-kritisch. Hä, vor allem... Siehst du das? Da ist keine Special. Da ist nicht mal die Anzeige von der Box. Wo ist die fucking Special? Da unten ist welche. Da müsste dir jetzt auch hier sein, ja, nice. Ah, müsste dir ja erst rausgeführten, okay. Du kannst ja auch schon viel benutzen, ja, so. Die brauch ich für Heavy. Oh ja, wir wollen noch... Ja. Aber er meint halt, dass... Du hast schwere Munition? Ja? Ich hab keine Ahnung. Steh auf! Lass deiner Wut im nächsten Kampf freien Lauf! Letzter Hüter! Bring deine Kameraden zurück! Wut der fuck! Bei mir steht, dass ich Dark Felix gekillt hab! Also... Warte, ich... Guck in den Stream! Wut der fuck! Das ist halt der Felix! Ich hab einfach Dark Phoenix gekillt! Wut der fuck! Was wollen wir das, Digga? Was wollen wir das? Wieder Dark Phoenix eliminiert! Wut der fuck! Ah ja... Du bist der letzte Hüter! Aha! 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 Das war eh! Äh... Opa! Jetzt... Wie auch... was... Ich bekomme hier... War irgendwo... Wie auch... ... Woh! 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 Ach, er hat Goldie, okay, fuck. Ey, kriegst du das jetzt, das stand jetzt zweimal, du hast mich getötet, was soll denn das? Das ist lag einfach, das ist einfach lag. Was soll denn das, Ringer? Nein, egal, ich hab die jetzt, ich hab die im Sack. Die haben gerade die Sturmtrance und der Bogen haben in der Heavy-Runde benutzt, ich hab die im Sack, die Typen. Komm mal, ihr dürft es noch, du darfst den Weg gehen. Mhm. Wie dein Kehl? Das war doch nur seine Köpfe, oder nicht? So, wo ist der letzte Typ? Ey, come on, Chris, das packst du. Got it, boys. Jawohl, der got it. Oh, clear, ich glaube, 25 Killgame ist das. Oh my God. Gott sei fucking Dank, Alter. Ja, 25 zu 3.